ich werde ja flink raus gehen oder auf skipper der blick ist sogar gute option da kommt ein bodo alter was macht so viel damage in bodos dreimal drin lockt ich glaube ich muss maria hier opfern das tut mir leid hier auf dem jahren was ich irgendwie durchkomme aber die katze zu dir schneller fassade killt mich ne ja maria tut mir leid aber ich sehe nicht wie ich das hier hätte anders spielen sollen fahrer deluxe hoch und opfern hier kfc es tut mir leid was gut danke für deine dienste warum kriegst du nicht einfach gänger warum könntest du nicht einfach warum würdest du nicht einfach dieses brin und mich auseinander was soll ich machen ich werde von einem carpitz gesweept das wird jetzt nicht passiert das geht mich auch einfach was soll ich machen was soll ich machen ja geil bei gar aus 80 mal meint ich misse meinen meine bei uns attacke jetzt haben wir unseren luxe verloren okay warte mal anders pack weit auf den jungen ich hoffe wir käme back weit wenn ich habe jetzt komplett kalkuliert komm schon wir sind im speed teil nein 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 ja vielleicht ist gar nicht so lustig kein tempel über low kick ja natürlich muss er mich kütten kaputter bereich ist drin ja nicht ganz oh gott das wird wehtun was und dem mit den headbutt ins nächste nirvana hauen weil wir dürften schon da sein ja was opfer ich am nächsten besser krebs oder granbull am bund und bedroht ja ich auch für granbull ich muss granbull von ihm ich muss jetzt die granbe opfern wow 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 durch ein city habe ich gerade ein pokémon verloren dicker ins lücken locker erbzeit gegen oh mein gott ich habe das könnte es gewesen sagen der letzte part ich hatte einen weiteren part schon aufgenommen das ist eigentlich jetzt der hat er eigentlich nach dem part kam der jetzt nicht mal da ist denn mein obs beziehungsweise mein pc dafür sich ja ich lösche die folge aber mal außen weil sie nicht aus dem ordner ich habe zumindest die folge nicht mehr aber dann waren das genau panett rücken und kamilla haben wir gegen den rival verloren und kapalos gegen den arena leiter ja wir waren nicht gut gespielt und gegen harriet haben wir sehr gut gespielt die harriet hatten ja gemeinten sehr defensives team gehabt wenn das ding irgendwie doch irgendwie schneller ist ich weiß nicht ob der flotten hat glaube ich einen speed buff bekommen hier wissen sie mit kinder ist schneller als am schnellsten ein geiler geschützt wird es nice lava blumen trifft alle ne aber ich weiß nicht wie ich es finde das sind schüttt dass er mich einfach schüttet das augen schüttt was ja das ist ein toolskipper dicker warum doppelt was ist das denn er macht ein double schütz ich weiß nicht ob natürlich jetzt geht ihr alles schief das tut auch sau weh alter stopp stopp dass wir ein schütz das ist kein schütz earthquake das könnte jetzt reichen das könnte jetzt ein pult der ein todesmemo sein egal vielleicht ein crit komm schon wenn ich mit seinem geschluss bekommen hätte ich etwas geht aber ohne mit seinem geschluss geht das nicht ne ne leider nicht und das war es mit polygon ja was soll ich machen was soll ich machen was soll ich machen ich weiß nicht was für das stärke für ein move hier hat er ist so wir haben 150 auf das ist ein crit der ist schneller als ich ich habe dann verloren wir haben die challenge offiziell verloren einem low bunny aber ich wurde in diesem kampf so verarscht ich habe zwar nicht ja geil oh mein gott das ist jetzt nicht passiert oder das ist das ist das ist das ist da